Boah, ist die durch, ist die durch. Das Problem ist, dann lässt du dir arbeiten und wittert immer... Jetzt einfach angreifen. Ja, einfach angreifen. Just attack. Attacke, ne, irgendwo mal. Warte, ich wollte einfach weg. Ich rennte einfach weg. Hallo, du hast was vergessen. AAAAAAAAhhhhhh! Boah, meine Fresse, geht jetzt ja gut los! Eins in Leonidas. convenience regulate. Was ist das Bedeutung? Das ist genau das Problem. Ist nur die Position. Im Übrigen ist er sehr stark. Aber es ist die Kraft. Es ist die Kraft. Der Punkt ist wie hier. Du hast es erreicht. Er hat es erreicht. Gut? Gut. Räumen? Ausdrehen Und ausdrehen Strahl 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 Ah 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 Ready go Ah 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 Eine weitere Wir haben keine Entschuldigung Gut Ausdrehen Ja Ah Ein Stück zu testen Ah 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 Ready go Hallo Hallo Hi 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 Oh Sorry Ich weiß nicht, er ist ein Genetik-Freak. Tschernobyl. Tschernobyl. Warte, jetzt bei ihm. Jetzt bei dir. Und jetzt weit ich nicht weiter. Jetzt bei Tetsche, oder? Jetzt durch. Und jetzt mal rund ums Auto. Jetzt zieh, zieh, zieh. Die beiden Hände sind zu dicht. Strap ist zu dicht. Raus noch einen halben Meter mehr. Wir brauchen mehr Strap hier. Strap unter der Stripclub. Sie hat auch Gäste. Ihre beste Freundin ist schwanger und der Mann ist da. Die Maschine. Die Maschine. Die Maschine. Ich bin warm. Das war's. Just attack. Attacke ich irgendwo mal. Warte, ich könnte einfach weg. Jetzt rennt er einfach weg. Hallo, du hast was vergessen. Das war's. Oh, da ist schon mal jetzt echt hart schnapp. Aber oben oben hier viel, ey. Oben oben oben. Besser. Aber unten oben läuft noch. So lange unten rum noch läuft noch. Sächs Ferke leim. Genau. Für später. ich muss das spüren jetzt Und da hat man es gemacht. Aber auch eine Scheißstelle. Aber der Elbowansatz auch vielleicht. Spannst du dich um meine ganze Hüfte? Aber nicht im Guten. Stahlhofen gegen Schlitte. Hellboy gegen den Titan Grip Monster Bear. Ja, jetzt ist krass. Unser Bärchen. Unser Bärchen. Lippe Tiefo-Marsch. Starte mal ein und ich versuche mal was. Richtig starten? Ja, starte mal ein. Ich versuche mal, ob da überhaupt was hält. Aber eklig, weil ich gleich da rausrutsche. Die kleinen Fötchen. Na gut, es sind immer alle Fötchen klein bei mir. Aber trotzdem. Pause? Aber ich würde auch gerne in Georgien alle Georgier weggallern. Das spricht wieder für Georgien. Das hieß ja Bo-Bomi oder so. Bo-Bomi, ja. Das heißt doch. Das ist der zweite Sinn, die ich da für den Urlaub machen werde. Ich würde ganz gern, wenn ich da hinfallen kaufe. Auf jeden Fall günstigen. Ja. Aber definitiv schon geil. Weißt du, wann kommst du da mal hin? Ach na, warte. Der Ring der Mann. Geht das jetzt um den Ring oder? Der eine Ring. Wenn das verliere ich. Ja, das ist ja alles zu Knechten. Bisschen zu Matti? Aber mach nicht so schnell bitte. Bisschen zu Matti? Ich hab mir gerade bei ihm angeguckt, wie muss er irgendwie gehen. Bisschen straight. Bisschen straight, Mann. Du auch. Bisschen straight. Ready, go! Hast du das denn gemacht? Wie hat er das gemacht? Erstmal grundsätzlich brauchst du einen französischen Pass und dann geht's weiter. Okay, bisschen straight, Jungs. Ready, go! Komm, hol ihn dir. Zieh ihn rüber, zieh ihn rüber. Ja. 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 Ja, ja. Ellbogenposition verbessern. Komm mit dem Ellbogen ein bisschen vor, Matti, und hol ihn dir. Hol dir ein bisschen die Höhe. Komm, du hast die Größe, du hast die Größe. Hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir. Ja. Das war Michael tot hier. Hallo, ganz kurz. So, the heaven is in tears, but the hellboy is happy, many ages. Ah, ja. So, the Armorsink training camp of my good friend Tetzel is in the books. Pretty good experience. We got some very nice guests around the GTA from France. Strong people, especially very strong visits. Yeah. And also some German guys. Also, our former WAF Youth World Champion, Flip Staub, and one of the best German light weights ever. Was also there. So, was a pretty good proof. Got some very nice conversations with the guys. Was good feeling. So, at the beginning I was a little bit concerned about my biceps, but it went pretty well. So, was good. Pretty happy with the performance, with my performance. And, yeah, that's definitely something I can go on with. So, thank you again to the big Mr. Obert Tetzel. Greetings to him. Uh, yeah. And, uh, a little bit, uh, at the moment it's still a bit hard to shift the gears here in the car. Because I feel a bit, uh, yeah, a little bit tired from my arm. But, it feels not bad. So, I'm very interested, uh, how this will go on, uh, after 24 hours with my arm. So, we will see how the hell arm is working on. I'm very effective. And, uh, you did at the open! Oh, your son- Es war nicht einfach wie es Ich hoffe, ihr hattet den Video, wenn ihr das Video habt, schreibt es, schreibt es, schreibt es, schreibt es, schreibt es, HELLBOY ARMSING ENTERTAINMENT und STAY CLEAN.